Ich wurde zu einer Challenge auch herausgefordert von dem Kanal FitUpTBA. Ich wollte jetzt noch drei Fitness-YouTube-Kanäle empfehlen und auch herausfordern. Isio, Natural Bodybuilding. Und bei der Challenge muss ich 50 Klingzüge, 50 Liegestütze, 50 Sit-Ups und 50 Kniebeugen schaffen. Der Herausforderer hat unter 8 Minuten vorgelegt. Wie viele Minuten sind wir? 7 Minuten 43. Ich habe die genaue Zeit jetzt nicht da, aber ich werde es einblenden. Ich nehme auf jeden Fall die Challenge an und bin mal gespannt, wovon ich brauche. Ich habe noch nie bei so einer Challenge gut gemacht und trainiere eher auf Kraft und nicht auf Kraftausdauer. Deswegen ist es für mich mal interessant zu schauen, wieviel dann ich brauchen werde. Ähm, genau irgendwas wollte ich noch sagen, aber vielleicht hätte ich das mehr ein, während wir dann machen. Also stoppen wir die Zeit. Dann geht es gleich los. So. Und los geht's. So. Und los geht's. Steini-Short Langsam merk ich es 29 Ob ich jetzt schon mal Liegestützerlose machen kann Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay Was ist das? 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 Jetzt müsste man die maten aufbauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? 42 Was ist das? 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 Wenn ich nicht mehr rausgekommen kann, macht das Doppelag. Wollt du schon jetzt mal hab? Es branche los. Wollt ich? Komm schon mal, tja. Seid noch mal gar nicht. Ich habe noch mal baucht. Die brauchen wir. 시 Minh. Du musst du nicht mehr einig, du musst du nicht mehr einig und einiger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also zu beiden Länge Schönbach, Christian Hirschmann und Wegzauern und Tüschen. Von euch möchte ich auch ein Video sehen, in dem ihr diese Übung ausführt. 7 Minuten 50, was war das? Ich bin kaputt. Ja, das Studium hat jetzt recht zu. Wir müssen okayen. Danke für die Herausforderung. Nehme ich Peter das nächste Mal nicht so hart ran. Ich glaube ich kann heute gar nichts mehr machen. Also vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Da oben nach oben. Tschau Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.